Mit der Freiburg Rising Stars Academy werden wir international erfahrene Promovierende nach Freiburg holen, sodass diese dann hier mit unseren Promovierenden gemeinsam an Forschungsprojekten arbeiten können und erste internationale Kontakte knüpfen können. Beginnen werden wir auf virtueller Ebene, abgeschlossen wird das Ganze dann im Rahmen der Rising Stars Conference, die hier in Freiburg stattfinden wird. Internationales Forschungsmarketing bedeutet auch immer sehr viel Netzwerkarbeit nach innen und nach außen und durch die gemeinsame Antragstellung haben wir hier eigentlich schon ein erstes wichtiges Ziel erreicht, nämlich diese Netzwerke innerhalb der Universität, aber auch zu Partnerinstitutionen aufgebaut. Einer der wichtigen Beweggründe, uns als Exzellenzcluster LIVMATS an dem Wettbewerb zum internationalen Forschungsmarketing der DFG zu beteiligen, war eine Verbesserung der Sichtbarkeit des Wissenschaftsstandorts Deutschland. Gerade in Zeiten der internationalen Mobilität ist es für uns als Wissenschaftsstandort Deutschland sehr wichtig, dass wir in einen Wettbewerb um die besten Köpfe eintreten und versuchen exzellente Nachwuchswissenschaftler zu uns auch Nacht an deutsche Universitäten zu holen. Von unserem Programm Rising Stars Academy versprechen wir uns, dass wir ein Rekrutierungspool für die Gewinnung exzellenter Nachwuchswissenschaftler aufbauen können, dass wir unsere internationalen Kooperationen verbessern und dass wir gerade im Bereich der jungen Leute, die irgendwann mal die Zukunft, die globale Zukunft darstellen, eine starke Verbesserung der Sichtbarkeit haben. Die Freiburg Rising Stars Academy kann dazu beitragen, dass wir internationale Talente hierher holen können, indem sie hier längerfristig die einzelnen Schritte durchgehen, arbeiten, leben und die Leute kennenlernen, international forschen und dazu auch beitragen, die Sprachbarrieren abzubauen, weil es immer wieder ein wiederkehrendes Problem ist, dass sie denken, dass sie hier Deutsch sprechen müssen. Aber man kann auch in Freiburg wunderbar forschen und leben auf Englisch. Für unsere Promovierenden wäre der Vorteil, dass sie frühzeitig international eingebunden sind und Hemmschwellen verlieren, vielleicht auch Kontakte zu knüpfen und tatsächlich die internationalen Forschenden vor Ort kennenlernen würden. Worauf wir ganz besonders stolz sind, ist, dass wir es mit dem Konzept geschafft haben, die Freiburger Wissenschaft mitzunehmen, den Marketinginteressen der Universität gerecht zu werden und dann auch einen echten Mehrwert zu schaffen für die internationalen Nachwuchstalente, die wir dann nach Freiburg holen möchten.